Ja, hallo! Ich möchte euch heute mal eine kleine Geschichte zum Advent vorlesen. Der Kamin läuft auch schon. So, wollen wir mal sehen. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünen Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, vom Fenster her durchbricht den dunklen Tannen ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Ah! Na, steht da. Er war ihr, weil das Heimes Pflege seit langer Zeit schon im Wege. So kam sie mit sich überein, am Mittlersabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Heeslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn, im Gatten, über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei-, drei-, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traurig funkeln. Und in der guten Stube drin, da läuft des Försters Blut von hin. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Waldmannssitte aufgebrochen. Voll sorgfalt legt sie Glied auf Glied, das der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festlägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf hier, die Reste und die Schenkpapier. Der Töne von fern, die Silberschellen, im Dorfe hört man Hundebellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau! Habt ihr noch Sachen? Die armen Menschen Freude machen? Das Förstershaus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Fürsterhaus die Kerzen brennen, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Möten, ein Sternlein, ein Sternlein, ein Fernlein und ein Teuf und eins wirken. Vielen Dank.